Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Jana und wo ich alles poste, was mir in den Sinn kommt und wo ich Bock zu habe. Leute, ich hatte einen mega Albtraum. Ich habe von Mord geträumt und einfach einen mega schrecklichen Albtraum. Und eigentlich bin ich gerade mega komisch drauf. Also ich bin gerade ein bisschen traurig und so wegen dem Traum. Aber ich werde mir davon jetzt nicht den Tag versauen lassen. Ich stehe jetzt auf und mache was dagegen. Das hier ist ein Papaya Erdbeer Smoothie. Und ich habe mir wieder mein Frühstück gemacht mit Banane und Apfel. Ich drehe heute das nächste Casting fürs Wochenende für den Jana Klack Kanal von Stimmen gegen Krebs. Und habe mir jetzt die Talente rausgesucht. Also kann ich nachher noch aufnehmen. Seitdem ich so viel ausgemistet habe und gar nicht mehr so viel hier drin stehen habe, kommt es mir irgendwie so vor, als würde es viel einfacher und schneller gehen aufzuräumen. Also ich halte hier ständige Ordnung, ohne eigentlich viel zu machen. Meine Küche ist immer aufgeräumt und alles andere auch. Also alle Zimmer sind eigentlich immer aufgeräumt, obwohl ich überhaupt nicht so dieser Putzfreak oder so bin. Ihr wisst es ja auch von früherigen Videos. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Chaot gewesen. Und bei mir, wie ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe, hat man nicht mal einen Zentimeter in meinem Zimmer am Boden gesehen vom Boden. Weil da so viele Klamotten gelegen haben. Aber jetzt ist hier alles sauber. Mama, bist du stolz auf mich? Ich hoffe ja. Ich mache mir jetzt was zu essen. Und zwar werde ich dazu erstmal Reis kochen. Und dann schaue ich, was ich noch aus diesen Zutaten rausholen kann hier. Ich will nämlich, dass in jeder Mahlzeit, die ich esse, so viel Gemüse drin ist. Because I love it. And it gives me the power for the day. Mittag. Ich habe hier eine Bowl mit Reis. Rotkraut. Kohlrabi. Met. Tofu. Tomaten. Roter Bete, deswegen ist auch das hier so rot. Cashewkernen. Gurke. Und Spinat. Healthy as fuck. Ich kann ausziehen. Ich kann meine Klamotten nehmen. Ich kann ausziehen. Ich bin praktisch obdachlos. Vielleicht war ich ja auch von Dämonen gesteuert. Wer weiß. Ja und ich bin nun mal halt unschuldig. Dirk muss mir natürlich den Wohnwagen bezahlen. Das ist klar. Das Ding kam bestimmt auch mit diesem Heißklebepistole zusammenzüllen. Heißklebepistole. Was ist das? Manchmal, also ganz selten in meinem Leben, brauche ich wirklich so komplett stumpfe Unterhaltung, um mein Gehirn einfach mal so laufen zu lassen, ohne nachdenken zu müssen und mir sowas anzusehen. Und dann finde ich sowas schon ganz witzig. Also ich weiß ja, dass sowas wie Family Stories, das sind halt alles Schauspieler. Und irgendwie tun mir diese Schauspieler auch teilweise total leid, weil viele Leute auch glauben, dass die wirklich so sind, obwohl die natürlich nicht so sind. Aber ja. Dead's Life. Sie haben sich selbst dazu entschieden, das zu spielen. Nichts kann Daniela mehr aufhalten. Ihrer Zerstörungswut sind keine Grenzen gesetzt. Mein Schatz. Heute komme ich sehr schwer in die Gänge. Aber ich meine, es ist erst 13.40 Uhr, also es ist jetzt noch nichts verloren. Ich habe aber bis jetzt fern geschaut. Also ich habe auch schon gekocht und so Zeug. Aber ich habe, naja, ich habe das Video auch vorbereitet und ich habe auch E-Mails beantwortet. Also eigentlich habe ich eh viel getan, Mann. Aber ich habe jetzt zwei Stunden oder so gefernseht und jetzt gehe ich mit Knüdel raus. Und dann drehe ich ein Video. Ich habe das Gefühl, wieder zu merken, dass ich langsam PMS bekomme. Also dass meine Erdbeerwochen bald wieder anfangen und ich im Vorhinein so ein bisschen launisch bin. Aber wenn ihr die Vlogs von vor einem Monat circa gesehen habt, bei mir ist es so, also Real Talk hier jetzt mal, bei mir ist es so, wenn ich PMS habe, dann so richtig. Also ich weine, ich habe Stimmungsschwankungen, ich habe auch teilweise ein bisschen Bauchschmerzen, aber es ist nicht so schlimm. Und ja, also bei mir ist es eher so Gefühlschaos, wenn ich PMS habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade nicht so schlimm ist. Also vielleicht durch die Veränderungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe und so, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch ein bisschen beruhigt in Zukunft. Aber ich merke trotzdem gerade ein bisschen, dass es bald wieder so weit ist. Oh mein Gott, wie nice ist das Wetter. Okay. Ich finde es halt auch saupraktisch, die Hauptvideos zu filmen in letzter Zeit, weil ich mir ja hier dieses Filmset aufgebaut habe und jetzt nicht jedes Mal wieder vor meinem Bett aufbauen muss und es einfach schon hier steht. Und das für mich einfach so viel mehr erleichtert, mich nur noch hinzusetzen, alle Einstellungen zu machen, mich aufs Video vorzubereiten und dann anzufangen. Ich muss nichts mehr aufstellen. Schön. Die Sonne ist heute mehrmals in mein Video reingecrasht und dann wieder weggegangen. Also ich muss mir irgendwas überlegen, damit die Wolken hier nicht immer stören und das Bild anders machen. Ich will auch die Vorhänge nicht zumachen, weil ich die Sonne gerne in meinem Video habe irgendwie. I like it. I like it a lot. I don't want her to go. Egal oder was soll ich tun? Ich habe auch jetzt abgefilmt. Fertig, fertig, fertig. Wird wieder eine tolle Folge. Und ausmachen. Auch das Mikro ausmachen nicht vergessen. Das läuft nämlich mit Batterie. Nicht, dass ich dann wieder keine Batterie habe. Und Licht auch aus. Ich wäre der dümmste Mensch der Welt, wenn ich dieses Wetter jetzt nicht nutzen würde. Ich werde mich jetzt in den Park hauen mit Knödel gemeinsam. Ich sollte eigentlich das Video schneiden, aber das mache ich dann am Abend, wenn die Sonne nicht mehr so scheint. Ich will das jetzt nutzen. Ich gehe jetzt raus. Beim Volkgarten gibt es nämlich eine Hundezone, wo man den Hund frei rumlaufen lassen kann. Und das finde ich sehr cute, weil da lernt Knödel neue Hunde kennen. Und es sind auch schon einige. Ach, das wird jetzt süß. Ach, schaut. Wie schön. Die haben eine Freude. Uh, Knödel, da kommst du gleich dazu. Oh, schön. Dann können wir frei laufen. Komm. Ab, ab, ab. Flitz. Die anderen Hunde mögen ihn nicht, weil er so aufdringlich ist. Ach, ich liebe Wien. Frühling. Ich versuche hier gerade bei Spar meinen Einkauf so gut wie ohne Verpackung zu machen. Und eigentlich klappt es ganz gut. Bis auf den Brokkoli, den bekomme ich nicht ohne Verpackung. Aber sonst. Das sind die ganzen Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Ich habe von Gemüse und Obst her alles ohne Verpackung bekommen, außer den Brokkoli. Richtig nice. Dann habe ich mega viele Nüsse und Samen gekauft. Linsen, also welche, die nicht aus der Dose sind auch. Ja, alles Mögliche, das ich für gesund halte. Ich werde jetzt auch öfter mal Leinsamen, wenn wir einen Salat machen. Und Dosenzeug habe ich auch gekauft. Sojamilch, dieses Mal ungesüßt. Ich habe sehr darauf geachtet, viel Bio-Sachen zu nehmen und so. Vollkornnudeln, alles vegan. Und Leute, ich gebe euch den Tipp. Wenn ihr einkaufen geht, macht es eher gegen Abend, weil dann viele Sachen schon Prozente drauf haben. Also ich habe vieles minus 50 Prozent bekommen, obwohl es einfach noch genauso gut war wie am Morgen. Und im Vergleich zu dem veganen Einkauf, den ich euch, also dem Bio-Laden-Einkauf, also aus dem Bio-Laden, der Bio-Laden-Einkauf hat circa nicht mal die Hälfte von dem und hat 80 Euro gekostet. Und das da hat jetzt gemeinsam 60 Euro gekostet. Finde ich komplett in Ordnung. So, mir ist kalt. Ich will unbedingt meine letzten zwei Badebomben noch nutzen. Und ich lasse mir jetzt eine Badewanne ein. Ist das jetzt schon wieder so ein Schaumbad, das nicht aufgeht, wenn ich es reingebe, sondern nicht zerbrechen muss, oder wie? Naja, also eh gut, ich mag eh Schaumbäder. Aber wie kennt man das auseinander? Was ist jetzt so eine Badebombe und was ist jetzt ein Schaumbad? Woher kennt ihr das auseinander? Kann mir das jemand mal sagen? Wie schön ist es bitte? Das ist das Gute am Winter. Ich kann einfach ein Bade nehmen. Es gibt immer schöne Dinge. Egal welche Jahreszeit. Okay, ich habe definitiv PMS, also die Zeit, bevor man seine Tage bekommt. Denn ich habe drei Kratzen gegessen. Aber mein Smoothie von heute Morgen ist immer noch da. Dann stelle ich jetzt kalt. Den gibt es morgen zum Frühstück. Dann morgen kommt Selina für einen Workday bei mir vorbei. Eigentlich wollte ich ja heute zwei Videos drehen, aber ich bin dann irgendwie drauf gekommen, dass ich es nicht mag, eine Woche vorzuproduzieren, weil in dieser Woche kann so viel sein, dass ich euch vielleicht in dem Video dann noch sagen will und ich will dann nicht irgendwie noch extra was dazu cutten, was nicht mehr dazu passt. Deswegen will ich ja meistens eigentlich meine Videos relativ zeit echt drehen. Deswegen liebe ich auch diese Vlogs, weil ich es einfach am nächsten Tag gleich hochladen kann, weil ich labere und nicht dann schon wieder andere Gedanken habe oder ich das Video gar nicht mehr so toll finde oder so. Deswegen werde ich das zweite Video, das ich heute eigentlich machen wollte, nächste Woche machen, weil es für mich irgendwie mehr Sinn ergibt. Deswegen habe ich dann heute doch mehr Zeit gehabt, in den Park zu gehen und noch zu baden und so Zeug. Aber morgen wird ein richtiger Workday mit Selina und übermorgen dann ein richtiger Workday mit Merle. Deswegen werde ich heute wieder früher ins Bett gehen. Knödel hat sich schon gemütlich gemacht in seiner Standardpose und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht oder einen schönen Abend oder wann auch immer das Video schaut und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video, bis morgen!